Hi, mein Name ist Lina Kleitz und ich habe hier an der TEB meine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek gemacht. In den drei Jahren erlernt man der TEB eben nicht nur Bibliotheksabläufe, wie ein Buch vom Kauf bis ins Regalkopf, sondern auch die Informationsbearbeitung und Aufbereitung. Die TEB bildet jedoch nicht nur sogenannte FAMIs aus, sondern trägt auch in Form eine Ausbildung zum Erhalt des Buchbinderhandwerks bei. So kommen wir jährlich auf zwei neue FAMI-Azubis und alle zwei Jahre auf eine oder einen neuen Buchbinder-Azubi. In der Ausbildung gehen wir den Kolleginnen und Kollegen zur Hand und haben die Möglichkeit, eine Ideen einzubringen und uns zu beteiligen. Daraus entstehen bzw. entstanden bereits viele Projekte, wie zum Beispiel ein Kurzschluss der Best Job Ever. Hey, mein Name ist Vanessa Rose und ich habe hier an der TEB ebenfalls meine Ausbildung zur FAMI gemacht. Aber was sind das eigentlich für Projekte, die Lina eben erwähnt hat? Zum einen haben wir bereits verschiedene Kurzfilme über interne Abläufe oder unseren Beruf bei der Hashtag Best Job Ever gedreht. Die Azubis führen einen eigenen Instagram-Account, folgt uns da übrigens gerne, denn dort bekommt ihr hin und wieder Einblicke in den Arbeitsalltag. Sowas macht natürlich die Ausbildung viel vielfältiger als sie ohnehin schon ist. Man durchläuft in der FAMI-Ausbildung die verschiedenen Bibliotheksbereiche, in denen man mal mehr oder mal weniger aktiv mit Nutzerinnen und Nutzern zu tun hat. Unsere Buchbinder stellen für uns unsere Bibliothekseinwände her, für Bücher und Medien, die eventuell ein wenig Unterstützung im Regal benötigen. Und das alles ist eben die Ausbildung hier an der TEB. Und weil die TEB so groß ist und so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, sind wir nach unserer Ausbildung eben auch geblieben. Genau, vielleicht sieht man sich nochmal. Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!